Die Suppe ist gut, wer konnte denn auch ahnen, dass Menschen schmecken? Die Welt geht unter, immerhin die Gewissheit, nie wieder Montag. Unter mir rumpeln, über mir keine Sonne, um mich summ, summ, summ. Dort am Horizont vier unheimliche Reiter bringen Verderben. Schwerkraft zertrümmert, jäh die weiße Wasserwelt. Schneekugel, adieu. Surren in der Luft, die Schwärme kreisen wieder. Licht aus, liebste, jetzt. Kirschblüten fliegen, die letzten in diesem Jahr, und für immer. Ein Birkenblatt fällt, 9,81 Meter pro Tag, period. Atomarer Sturm. 1.100 Grad. Ja, die Frisur sitzt. Ah, 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 ah. Warum beißt du mich? Lang ist noch der Weg, ein Stern funkelt am Himmel, Hoffnung stirbt zuletzt. Gelesen von Blubberfrosch, Kai Du, Kathi Frenzel, Lille, Rantheron, Rebecca Goermann, Steffen Koosmann und Tim Süß. Produktion Rebecca Goermann Diese Produktion entstand im Rahmen der Aktion Weltuntergang des Geschichtenkapselpodcasts. Untertitelung des ZDF, 2020